3, 2, 1, okay. Hi, mein Name ist Iqbal. Ich bin aus Frankfurt, aus Deutschland. Ich bin hier auf der Klinik Ömer Istanbul draufgekommen über das Internet. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Yasmin, die alles geklärt und aufgeklärt, was die Behandlung angeht, was die Preise angeht. Es hat alles sehr gut funktioniert im Vorfeld. Ich war sehr gut informiert. Und dann habe ich jetzt die Entscheidung vorgenommen, hier nach Istanbul zu kommen, nach dieser schönen Stadt zu kommen. Und habe ganz tolle Erfahrungen hier gemacht in der Stadt, als auch natürlich in dieser Klinik. Wurde auch natürlich morgens dann abgeholt vom Fahrer, der nette Fahrer und auch hier im Team. Der heißt Oktay, sehr lustiger Kerl, sehr netter Kerl. Ja, und dann haben wir natürlich mit der Behandlung direkt am ersten Tag oder am zweiten Tag, wo ich hier in Istanbul angekommen. So, die Behandlung hat, wie gesagt, an einem Samstag angefangen bis zum nächsten Samstag. Also insgesamt kann man von acht bis neun Tagen sprechen. Hat alles sehr, sehr funktioniert. Also die Ärzte sind sehr professionell, sehr nett, sehr kooperativ, sehr achten auf die Patienten. Wenn man Schmerzen hat, die sind sehr sensibel, was sowas angeht. Die haben ein spitze Gefühl dafür, dass jetzt der Kunde oder der Patient gar keine Schmerzen bekommt. So, ich hatte den Anfang jetzt mit dem Doktor Gökhan gehabt. Er hat eine sehr gute Arbeit gehabt. Also ich habe überhaupt keine Schmerzen am ersten Tag jetzt gespürt. Danach hatte ich natürlich den Kontakt mit dem großen Doktor, der Herr Ömer. Also der hat auch eine sehr gute Beratung für mich gemacht. Der hat mir alles erklärt, schon im Vorfeld. Da wusste ich ganz genau, was dann auf mich zukommt. Und dann bin ich über zwei, drei Doktors dann gelaufen. Von Wurzelbehandlung bis zur Anbringung der Kronen. Also über den Doktor Gökhan, Ömer und anderen. Also im Allgemeinen bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Staff oder mit diesem Team. Also die machen sehr professionelle Arbeit. Bin ich sehr glücklich und würde ich empfehlen und jederzeit wieder machen. Ömer Istanbul